Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead auf der Xbox 360 und wir sind jetzt hier, wir am Motel in Episode 3 und wollen jetzt erstmal mit Kalei sprechen. Die sich auch viele Sorgen machen zu scheint. Was ist das? Du bist ein Verkundel. Carly, Jesus! Und ich denke, dass die Leute wissen müssen, nicht weil sie verdient sind, und nicht weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Die Leute müssen wissen, weil wir hier ein Bedeutung stehen müssen, und ich kann nicht sehen, Lilly, zu sprechen über dich, ohne zu denken, dass es die nächste Sache, die sie sagen soll. Du musst nicht sagen, dass alle anderen, aber denkst an, wer du glaubst, und fange die Möglichkeit, während du es hast. Wahrscheinlich hat sie recht, ne? Sind Leute bereit für die Wahrheit? Fühlst du dich hier sicher? Ja, du fühlst dich hier sicher? Show mir ein Bedeutung mit einem Heated Floor und einem High-Rise Apartment, und hand mir ein Full-Bodied Malbeck, und dann fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir alle wissen, dass das möglich sein kann, in any second. Du, äh, hast du irgendwelche Gedanken über Lilly? Ich schaufe sie über sie, das ist es. Sie immer versuchen, Dinge zu fahren, aber es einfach nicht funktioniert. Du denkst wirklich, dass die Leute bereit sind, um mich zu hören? Es ist keine Frage, ob bereit oder nicht. Es wird nie ein guter Zeit sein, aber es werden viele schlechte Sachen sein. Jetzt scheint es nicht so, wie es einer von ihnen ist. Aber jeder ist anders. Wer weiß, wie jede Person es nehmen würde, du weißt? Vielleicht ist es wert, zu denken, wer du sagen willst. Ich schaue mich an das Ding. Gute Idee. Okay, dann werden wir uns mal mit den Leuten unterhalten, oder? Hier ist, ähm, Clementine. Hey, Clementine. Hey, Lee. Was machst du da? Was machst du da? Was ist das, was du an arbeitest, Clem? Es nennt sich eine Leifrubbung. Meine Lehrerin, Frau Moore, hat uns gezeigt, wie wir ihn machen, als wir in den Botanischengarten gingen. Siehst du? Es ist das gleiche. Ähm, irgendwie. Ah, das ist wirklich etwas. Ich werde einen für dich auch machen. Clem, ich muss dich mit dir sprechen. Okie dokie. Der Tag, wenn du und ich kennst, ich war in einem Auto accident. Ich erinnere mich. Dein Fuß war blöden. Der Auto, ich war in, war ein Polis Auto. Und ich war auf meinem Weg zum Jail, um zu verabschieden. Ich muss dich jetzt erzählen, weil ich es nicht hören möchte. Okay. Du hast nichts zu sagen? Ich glaube nicht. Du kannst zurückgehen mit deinen Dingen. Ja, wenn, dann reden wir mit Clementine zuerst darüber. Habe ich mir jetzt gedacht. Ich meine, das ist die erste Person, der wir begegnet sind. Und wir reden jetzt mal mit Kenny. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Wir haben nur einen kleinen Spat. Wir tragen jetzt alle Schäden. Und ich mag es nicht. Es ist so, wie es muss sein. Ich weiß. Aber ich bin nicht verwendet. Entschuldigung. Wie geht's dir, Lee? Hmmmm... Kenny, du hast einen Moment? Ich muss dir etwas erzählen. Ja? Was hast du? Ich war auf dem Weg. Ja, ich erzähle jetzt bei Ihnen dieselbe Geschichte. Ich war auf meinem Weg nach Prisien drei Monate vor. Nein, was war. Nein, was war. Es war nicht für die Kinder, war es? Nein, es war nicht. Weil wir zwei hier haben. Ich habe einen Mann in einer Kriege gebrochen. Ich werde mich überraschend, dass es noch in deinem Pass noch mehr gibt? Nein. Gut. Aber du musst wissen. Wenn wir eine Beweise machen, wenn es um ein Boot geht geht, das ist. Und jetzt reden wir mit, ähm... Katja. Hi, Leute. Kann ich euch über etwas sprechen? Natürlich. Ist alles okay? Okay. Ich meine, Kenny weiß es ja schon. Und... Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war, äh, auf meinem Weg nach Prisien drei Monate vor. Du hast immer mich mit kinder Augen gesehen gesehen. Ich wundere, ob du das noch können, wenn du, äh... ...knew ich war ein Gefängnis. Mein Gott, für was? Wie viel Probleme kann ein Lehrer werden? Well... Plenty. Aber es hat nichts zu tun damit. Es war für murder. Warum? Er und meine Frau, äh... Das ist genug. Tell mir, was passiert, als du in der Derry warst? Ich wurde von Larry's CPR mit Lilly. Kenny kam in aus, aus woher, und... ...put ein stop zu. Was hat er gemacht? 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 Mhm. Das wussten wir wahrscheinlich... ...sagen, und es war... ...vielleicht nicht gut, ne? Alles ändert sich. Ich meine, in so'n Apokalypse tickt jeder anders. So, ich lass dich erst mal... ...wiedereinander reden. Und geh erst mal zu, ähm... ...Lilly rein. Ich bin sorry. Du musst nicht entspringen. Ich weiß. Sie kam in hier, oder? Sie kam in hier, oder? Sie kam in hier, oder? Sie kam in hier? Sie müssen entspringen. Ich weiß. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich fühle mich wie eine verrückte Person. Kann ich etwas für Sie? Ja. Ich brauche Hilfe. Es ist ein Traitor. Einige. Einige von uns. Er, sie oder sie haben... ...zauber. Ich versuche. Für real? Oh, was hast du? Ja, für real. Und ich habe nichts. Ich weiß. Ich weiß. Es ist gut. Antibiotics. Oxy. Fuck. Anything mit Opium in es. Ich sehe das. Und es ist gut. Ich behalte meine. Das ist gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich weiß, was passiert. Wenn ich ein Witch Hunt beginne? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. In der Brust. Ich habe das. Wir haben nicht alles. Wir müssen es. Wir verraten. Es ist nur eine Flaschlight. Wenn du es benutzt, wenn du es nicht. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen. Danke. Ich weiß, wer es ist. Okay, du bist Robin. Ja. Was mache ich? Ich weiß nicht. Schau dich um. Schau mich, ob du etwas weises findest. Ich bin der Fall. Ist das nicht die Lampe von... Carling? Deswegen reden wir doch mal mit ihr. Mal schauen, was aus dem Gespräch rauskommt. Sie wissen etwas über diese Flaschlight? Es ist zerbrochen. Ich weiß, es ist zerbrochen. Und die Batterien vielleicht sind zurück. Es benutzt nur was? Alles sollte. Was war die Frage? Sie zerbrochen die Flaschlight? Nein. Okay. Ich habe mit Kenny über die ich bin. Und? Ich weiß nicht. Ich habe ihn einfach nur die Angelegenheit. Wenn wir überhaupt keine schweren Entscheidungen machen, wenn es um die Hände geht. Ah. Ach so, keine Angst. Ich habe mit Katja gesprochen. Wie hat sie das gemacht? Sie war gut, ich glaube. Ich denke, sie ist mehr schrecklich über Kenny. Weil der St. Johns? Was hat er genau da gemacht? Oh, keine Ahnung. Ich habe mit Clementine gesprochen. Wie hat sie das gemacht? Ich weiß nicht. Sie ist schwer zu lesen. Sie adoriert dich. Keine Angst. Ich habe mit dir später. Ich habe mit dir später. So, was machen wir jetzt? Mit Clementine reden. Hey Clementine. Hey Lee. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow? Did you do that? Yes. Sehr gut. Jetzt reden wir mit Kenny über die Lampe. Okay. 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 Natürlich war es keiner. So, und jetzt gehen wir einmal rum. Wo ist, äh, Duck? Njuuu, ich slide hier lang. Geil. Aber wo ist Duck? Ich sehe ihn gar nicht. Da komme ich nämlich nicht weiter. Ich gehe nochmal rein. Zu Lily. Hey. Find anything? I need to tell you something. Sure, go ahead. But if it's bad news, maybe save it. I was sent to prison before the plague. Shit. What? Dad said there was something about you. So you know. I didn't know what to know. Well, that's true. And I'm sorry. He treated you like shit. Knew who you were and you tried to save his life. The last thing you need to do is apologize. Thank you. You killed a guy. So what? I bet he was a dick. Well, it ruined my life. Good thing everyone else has got destroyed shortly thereafter, huh? Misery loves company. So, was machen wir jetzt? Wo ist Duck? Hier ist Clemmy. Katja und Kenny. Hier unten war was. Komm ich grad nicht hin. Ups, Spielparcours. Wo ist Duck? Ich find ihn nicht. Der wird zwar unten anschauen, Wohnmobil angezeigt. Das bringt uns noch nicht weiter. Mit wem soll ich mich jetzt unterhalten? Nochmal zu Lily rein. Ich mein, ich konnte ja noch mit mehr Themen über sie reden. Find anything? Are you worried about morale at all? The darker things get the more we have to worry about people giving up. Tell me about it. I know you won't. I'm worried, but what can we do? I don't know. Ich hab noch nichts gefunden. I haven't found out anything yet. Well, there's nothing to find in here. Ask around. Jesus, investigate. Okay, okay. Willst du je weg von hier? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to. Not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe dream? Don't you? We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we've stayed here. That's as far as the discussion needs to go. I'll be back. Okay. Ja, wir haben immer noch die Tassenlampe. Und wir haben mit allen gesprochen. Ich geh jetzt nochmal zu Kale. I told Lily. You were right. She and Larry spoke. Obviously. She was all right, though. Well, you're about all she's got left. Hm. Sie ist es nicht, dann oder halte ich mich nochmal mit Klemmen? Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That would be a good thing to know. I'll talk to you later, Clan. Okay. Okay. Und ich würde sagen, das war's für heute mit The Walking Dead. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt The Walking Dead. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.